In diesem Video zeige ich euch einige Neuzugänge für meine Banknotensammlung aus aller Welt. Diese habe ich vor einiger Zeit schon bekommen, bin aber noch nicht zum Bearbeiten gekommen, so dass auch das Video erst jetzt erscheint. Und während die ersten Bilder schon durchlaufen, möchte ich noch kurz etwas zu diesem Sammelgebiet von mir sagen. Bereits vor meinem Urlaub dieses Jahr wurde ich ein oder zweimal nach einem Update aus diesem Gebiet gefragt. Und ich bin ehrlich, dass ich dieses Gebiet so gut wie gar nicht besammle, beziehungsweise auch in Zukunft grundsätzlich nicht mehr besammeln möchte, weil ich meinen Fokus bei Banknoten lieber auf deutsche Banknoten legen möchte, speziell auf den Zeitraum der Inflation, beziehungsweise auch dann der Deutschen Demokratischen Republik. Eventuell auch ein klein wenig auf die Bundesrepublik Deutschland. Das ist noch nicht ganz sicher, beziehungsweise wird sich im Laufe der Zeit ergeben. Auf jeden Fall möchte ich bei alle Weltbanknoten nicht großartig weitersammeln, beziehungsweise auch nicht großartig in die Tiefe gehen, einfach weil das so ein enorm großes Gebiet ist, wo man, wenn man das denn möchte, so, so viel Geld ausgeben kann. Und da konzentriere ich mich doch lieber auf deutsche Gebiete und baue das dann zu einer Mittelklasse-Sammlung, sage ich mal, aus. Die Banknoten, die ihr im Hintergrund seht, sind aus einem Alle-Welt-Paket. Diese haben eigentlich keinen größeren Mehrwert, sind alles sehr preiswerte Scheine und dienen für mich lediglich zur Dokumentation, aus bestimmten Ländern eben Banknoten zu haben. Und ihr seht ja schon, dass es ganz viele Länder sind, beziehungsweise man kann ja aus jedem Land Banknoten sammeln. Und da das einfach vom Budget her ein riesen Unterfangen wäre, da eine etwas bessere Sammlung zusammenzutragen, möchte ich mich eben auf deutsche Banknoten konzentrieren, da man da im Laufe der Jahre eben doch sieht, dass das Sammelgebiet immer besser besammelt wird, dass immer mehr Typen dazukommen, immer mal was Neues dazukommt, zumal es ja auch nicht mein Hauptsammelgebiet ist. Zum Beispiel stehen da Scheine auf der Agenda, wie die 50-Mark-Banknote Eierschein oder die 500-Milliarden-Mark-Banknote aus der Inflation, wo es ja sogar mehrere für ganz verschiedene Scheine gibt, die eben nach und nach mit für meine Sammlung vorgesehen sind, die ich gern mit ergänzen möchte und eben auch viele Qualitäten, die ich noch austauschen möchte, wo ich bessere Qualitäten haben möchte. Und so ergibt sich eben im Laufe der Jahre dann ein Bild, was immer kompletter wird, wo eine Sammlung entsteht, die auch einen gewissen Grundwert hat und daran ist mir doch schon ein wenig gelegen. Ja, jetzt habe ich euch die ganze Zeit totgequatscht, während ihr im Hintergrund die Banknoten gesehen habt. Ich hoffe, das war trotzdem okay für euch, dass ich euch auch einfach mal die Entscheidungsfindung mitgeteilt habe, was da so in meinem Sammlergen oder meiner Sammleidenschaft so vorgeht, wo ich vielleicht in nächster Zeit hin möchte und eben auch in welche Richtung es nicht gehen soll. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss! 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 jetöl ist gut verloren! Going Там Things Launchネ�? Willkommen dort einen neuen Planupack сокращien? Tschüss! cji ia hat mit照auberlnackiat regarding het Through rotation und greeted Schuh. Vielen Dank.